Hallo Freunde des Let's Plays! Ich bin wieder mal das Mirko und heute spielen wir mein persönliches Favorite-Halloween-Spiel, das grausamste Spiel für mich, Mega Man 4. Ich habe es einmal angezockt gehabt, aber niemals zu Ende gespielt. Und das war vor zwei oder drei Monaten. Also, ich weiß nicht, ob man das noch als Blind Run ansehen kann. Naja, die Vorstory, die kennt ja eh jeder. Mal wieder Dr. Light, der irgendwie wieder realisiert, dass Dr. Wiley wieder die Welt mit seinen acht Robber-Fan kaputt hauen möchte. Und irgendwie diesmal wieder den Mega Man, den auch sonst wieder herbeiruft. Was muss er auch sonst machen? Und ja, da sehen wir Mega Man in seinen blauen Pants, äh, paar Toffeln und seinen pinken Pants. Yeah. Jetzt knallt er die Augen zusammen, als müsst ihr ordentlich mal eine Ladung rausdrücken. Ähm, verdammt tolles Spiel. Jo, und, ähm, jetzt Panda. Wach auf, Mega Man. Essen ist fertig. So, okay. Genug Scheiße geredet. Wir fahren jetzt auf einem Zug. Er hat seine Pläne schon dreimal durchkreuzt, äh, Mega Man. Und, äh, der Welt wieder Frieden beibehalten, bla bla bla. Ja, ach, die Geschichte scheint sich ja zu wiederholen. Dr. Co... Wer ist Dr. Cossack? Ein Mysteriöser Wissenschaftler, okay. Hm. Hört sich irgendwie langweilig an. Wow. Wir wurden ausgerüstet mit dem neuen Mega-Buster, der auch nicht viel mehr erkannt hat als der alte. Wow. So. Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega... Oh, ich bin ruhig. Okay, wir haben wieder mal acht Roboter. Toadman. Ich glaube, der ist jetzt ein Froschmann. Pharaoman. Ring... Ringmann. Der Ringmann, der hat mir damals den letzten Nerv geraubt. Da freue ich mich schon wieder so drauf. Der Tauchermann. Der Skelett- oder Schädelmann. Der... Hell... Der helle Mann, der Lichtmann. Der... Das. Der Staubmann. Das sieht aus wie so ein Staubsauger. Und der Bohrer-Mann. Okay. Starten wir mit dem, der nicht zuerst vorgelesen hat. Froschmann. Ha 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 ha. Ich bin ruhig. Oh, das ist natürlich schon mal schön hier. Ich spiele jetzt auch mit einem neuen Nest-Emulator. Nestopia heißt der. Weil der direkt über Fraps aufnehmen kann. Dann bin ich nicht mehr auf Camtasia angewiesen. Das Drecks-Programm. Warum? Da! Leben! So. Wir rennen weiter. Fuck! Stirb. Ah! Tot allen, Pinguin! Wow! Okay, weiter. Natürlich kommt wieder einer vom Himmel. Oh, schönes Spiel. Ach, herrlich. Wow. Fantastisch. Also irgendwie gefällt mir das Lied hier gar nicht. Ohne Mist jetzt. Einfach irgendwie schießen. Irgendwie trifft man schon die Pinguine des Grauens. Bim! So. Weiter. Wir haben wieder unsere Pinguine. Oh Gott, aber warte mal. Wie soll ich den Sprung schaffen? Ah nein, da fu- Da ist gerade ein Leben runtergeflogen. Ich glaub's nicht. Ja! Oh, Regen, Mann! Fuck! Ahaha, fuck! Oh Gott! Oh Gott, ey! Wie viel Leben hab ich? Moment, ich glaube, ich hab kein Leben. Nee, jetzt. Nee! Na! Ja, einfach mal zu. Ja, komm, ich... Bla, 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 bla. Ich will meine drei Leben haben. Ansonsten... Bam! Okay, dann fangen wir das ganz hoch und neu an. Game over. Auf jeden Fall will ich das nochmal machen. Das schaue ich. convergence... Stage the luck. Ja, direkt zu Dr. Wien Lee. Die... Ich bin grün! Diese Musik ist so trausam. Wow, das war professional ausgeräum. Hey, Pinguin of Doom ist tot. Wow, komm auch dahin. Schön. Verdammt, ich, oh meine Fresse, ist das ein Scheißdreck, ist das ein Scheißdreck. Da fällt mir ab nichts mehr zu ein. Fantastisches Spielprinzip. Jetzt weiß ich, wodurch Michael Myers verrückt geworden ist. Er hat Mega Man gespielt, ey. Das ist ganz klar. Ich weiß aber auf jeden Fall jetzt schon, wie ich die Pinguin ausweichen muss. Ach, ist das toll. Ist das nicht wunderbar? Mir beim Verzweifeln zuzuhören. Bei dem fantastischsten Spiel, das die Welt jemals erlebt hat, ist das Spiel klasse und toll und attraktiv gestaltet. Spielspaß für jung und alt und zu alt und Cäsar, ist alles eine Altersklasse. Oh, ne, ey. Oh, Mann. Das schaffe ich hier wieder nicht. No. Jetzt klappelt! Ja! Fickern! Jetzt hier runter. Yes! 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 Nein! Scheiße! Ah, gab Leben. Geht mir was zu fressen. So, jetzt springe ich hier runter. Und irgendwo ist hier unten irgendwie wieder was. Wasser! Ja! Oh, das ist ein Fortweg. Lilla Kanalratten. Ähm. Ja. Yeah! Hey! Ich bin Megaman, Alter! Kommt mir an, Alter! Sieht geil aus! Hm. Sexy, Baby! Oh. Megaman. Fickern! Wow! Herrlich! Okay, weiter geht's. Ähm. Oh mein Gott. Oh wei! Was ist... Oh! Schön! Mach die Augen auf! Ah! Schönes Spiel. Komm! Schnecker fucking Doom! Was? Ich frag mich echt, wer sich solche Viecher ausdenkt. Tut mir leid, aber... Welcher geisteskranke Japaner ist darauf wieder gekommen? Oh komm! Wir machen ein paar Schnecken und fliegen springende Ratten in unser Spiel! Das macht Sinn! Huh! Scheiße! Nein! Nein! Die müssten doch mal einen neuen Mega-Metal machen, wo so ein Typ mit einer Grillzange drin ist. Da bin ich ja... Fuck! Heute noch für... Ein Grillzangen-Boss! Was ist das? Was? What the fuck! What the fuck! What the fuck! Fantastisches Spiel! Oh mein Gott, ey! Ist das fantastisch! Ohohoh! Auch schön! Ohohoh! Ohohoh! Ist das eine Qual! Ist das eine... Oh my... Oh nöde! Das ist so eine Qual, das Spiel! Aber den pack ich! Das ist doch nicht wahr! Was... Was dachten sich die Spieleentwickler bei sowas, ey, das ist doch. Oh mein Gott, wieder alles von neu. Pinguine! Doom Power! Pinguine of Doom! Ah, fuck! So. So, jetzt sind wir alle wieder ruhig und trinken, trinken und Pudding, wollte ich schon sagen. Komm, komm her. So, kommt hier der Pinguin hier, mit seinem, schon wieder ein Leben weg. Ist gerade wieder runtergefallen. Oh ja, das scheint ja gut zu laufen. Herrlich. Schönes Spielchen. Bring ihn mal zu fressen, ja danke. Boah, ihr fällt aber sehr oft Energie, kann das sein? Fall uns runter, hier unten kommt, ah ne, die Schnecke da hat mal was. Ja, ich bin ein pinkes Kan- Und ein Lille-Kanal-Ratten-Vieh. Huhuhu. Mag mich. Suche Freunde im Kanal-District. Aber nicht von Stormwind. Huhuhu. Scheiß, sie wandern hier. Oh, schade. So. Das sieht gut aus. Das ist ein fantastisches Spiel. Das mag die ganze Welt.